oh da warten wir schon wieder auf den zehnten irgendwie gibt es da immer einen der schläft obwohl es mittlerweile die zeit ist wo die leute aufmerksamer werden es sind 774 tausend leute gerade online ist nicht dabei gewesen naja gut schön so eine serie single draft da bin ich natürlich wieder mal mit dieser lebensnummer komme ich nicht so klar mit wegen wohl das wird schon werden nehme ich doch mal an die quest mit den schreien die können wir ja drin lassen ist ja kein problem das ist ja eine aura das ist der swap kostet aber eine ganze menge 10 seconds to pick 5 seconds remain ja gute frage wer ist jetzt supporten planung mit auf die offline gehen andere bleibe ich beim standard ja was wer soll denn jetzt in die mitte ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen wenn uns die troll rote in die mitte sniper haben wir diesmal nicht nicht unbedingt range mäßig und habe beide mannschaften ähm gut scheinbar ist ja gut als sniper zu sehen was ist denn das für ein käse was hatten wir jetzt lass mich doch mal kurz mach ich das und das und die schuhe zuerst so haben wir ja kapiert hä was will der denn wenn du irgendein problem hast schreib dann wird der nicht da auf der karte das ist lächerlich 30 seconds to video games 30 seconds was war das hier überhaupt rüstung an einer regeneration rüstungsreduzierung dieser rüstung anfängt ja auch nur aber gegner fängt jetzt wohl das nicht nur das anwender ist ach komm was ist denn was los mhm hast du bestanden und der Blut spielst ist das ein führungsfreund ich bin aufgepasst und so was ist hier was ich dachte du was was soll ich jetzt einen support machen oder willst du den kaufen und du hast nur noch nicht genug geld da haben wir ja den anderen kerl ähm so wirklich viele gegenstände haben wir ja jetzt nicht ne so schadensbonus schadensbonus letzten teil muss ich nochmal leben na tatsächlich tooooll voll fast schadensbonus gut so einmal gestorben drei assists das heißt er hat drei kills geil cool das heißt wenn sie mich töten haben sie sowieso noch einen nachteil noch nicht andere ist eh noch zu teuer gut das problem ist nur zum großteil nur rüstungsreduktion und jetzt nicht unbedingt ähm der schaden wie man hier mitkriegt slow ne der wird wieder kommen da rechne ich mal rechne ich mal mit das ist die oh die sind auch davon betroffen natürlich hilfreich hm oh glück gehabt weil ich nicht in die range war muss ich ein bisschen aufpassen hier bei den jungs hm bonus schaden 20% also wenn ich nachher mit ich weiß nicht mit troll ward unterwegs bin könnte das sehr interessant werden hm 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 was macht er denn ja 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 jetzt habe ich bei der felle noch einen blitz allerdings brauche ich darf ja erst noch mal was soll das denn jetzt warum der kurier muss doch nicht sein die schulter ist verspannend warum irgendwer hat man geklaut kann der manner clown man aber das ist ja das ist ja Ja, das ist schön, dein Maler verschwendet. Ich bräuchte echt mal noch ein bisschen Range, ne? Also Vanguil Spirit ist eigentlich ne ganz coole Sache, bestimmt. Einmal mit einem verbindenden oder gegnischen Helden, mhm. Allerdings nur Helden. Nur Helden. Das ist ein bisschen das Problem. Scheiße, sag nicht, dass Slada jetzt raus ist. Okay. Okay. Oh, gut, dass er mich nicht binden konnte in irgendeiner Form. Ähm ... Okay. Okay. Bei Slada muss gleich die Meldung kommen, dass er ... Wie viel wir da noch haben? Eine Minute. Ich dachte, mit drei Kills will man weiterspielen. Kann das denn sein, dass der ... Ich bin da. Keine Ahnung. Oh, shit. Shit, 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 shit. Ich bin da noch meinetwegen stelle ich den da noch hin. Level 3 So, den stelle ich jetzt irgendwo da rein Irgendwo da rein, dass der irgendwie Leck mich doch am Ärmel Ah Wow Hm Hm Tja, für den Fall der Fälle, ne? Wenn ich mit Slada aus dem Gebüsch rausspringen und dem eine verpassen. Theoretisch. Ah. So, jetzt. Bedeutungstauerschaden. Ach, das ist ja lächerlich. Ach, das war ne Rakete. Oh, ah ja. Gut. So. Okay, mit der Rakete braucht das nix. Haufgelaufen. Ups, nicht genug Power. Ups. Ah, okay. Let's me stretch my wings. We upnumbered. Scheiße. Do better. Hm. Slada hat's natürlich mal erwischt. Scheiße. War natürlich zu sehen in der Form. Shit, ich sollte zurückbleiben. Ja. Schau mal das an. Wenigstens ist er jetzt raus und, ähm, wir haben jetzt seine Erfahrung. Wer ist eigentlich hellblau? Ah. Regeneration! Warum nicht? Dann werden einfach mal am Weg. weg. Hm. Warum ist er denn vom Mid-Tower weg? Das hab ich mitbekommen. woher. Mann. So? Hm. So? Ich hab's schon wieder einen Teufel in den Mannen. Ich hab's schon wieder einen Teufel in den Mannen. Ich hab's schon. Oh shit, die hier war ich hier. Ah, komm, irgendwie müssen wir doch mal hier. So, haben wir Zeit hier. Da ist es. Komm schon. Scheiße. Meine Zeit ist präzisbar. Zu knapp. Vorwärts. Ich habe nicht argumentiert. Das ist so gut. Fast verdoppelt das Ganze hier. Aber da steht doch einer. Der müsste das doch normalerweise regeln. Ernst? Ernst? Ich bin in der Himmel und du gehst in der Erde. Top Tower auf der Seele. Deine Top Tower hat getötet. So was muss man jetzt nicht antworten. Alter? Attack! Ich mein. Maybe no one attacked Aya's Towers for a few seconds here. Ich denke mal, Moment, ich muss zwar über das ganze Spiel immer denken, aber je schneller ich angreifen, desto mehr Damage kann ich anrichten. Das ist dann eben die Frage, ob das Zauber-Immune dann auch so toll ist, ähm, schönes Rezept für 600, ah, schade, 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 schade. Was ist denn bei dem kaputt, ey? Man verschwendet ja nur Zeit und Geld mit dem ganzen Rennereien. Das ist ein Schade nach Bord. Anja, naja. Hm. Schade, schneller, schneller. Schade, schneller, schneller. Geht alles von dir. Wie kann schon. nicht ganz optimal es geht schlimmer das ist unbedingt so geniales zusätzlich noch rüstungsreduzierung scheiße ohne slada ist das ganze nicht einfach da sind nur noch 4 von da her scheiße als ob niemand irgendwie das ganze verteidigen wollte verhalten 6 mal gestorben 36% reduziert ich weiß ja nicht wie ihr das da rechnet oh scheiße ist denn eigentlich unser kurier schon wieder tot mal sehen das scheint doch ganz kurz zu sein ja ja Ich bin hier. Sehr gut. Ich fliege. Scheiße. Ja, jetzt hat er seinen Sprint noch nicht alles gepackt. Ah, damn it. Ich glaube kaum, dass wir das jetzt in irgendeiner Form noch gewinnen können. Irgendwie bin ich da nicht ganz von überzeugt. Und darunter mal unsere coolste Chance mit Stun. Slada. Er gerade nicht da ist. Oder nicht mehr. Naja. Scheiße, wir haben noch keinen einzigen Turm bei denen zerlegt. Irgendwas müssen wir doch mal machen. Ah, bringt doch nichts. So. Hm. Den haben wir ja auch noch irgendwo rumrennen. Stimmt. Oh, ist das jetzt so ein... Oh, es ist vorbei. Ah, Gott. Ja. Ich weiß, dass ich dem nicht hinterher rennen kann jetzt mehr. Die Welle wird schon wieder abgefangen. Ich würde sagen, man könnte jetzt darauf spekulieren, dass er einfach nur Garant ist. Aber... Das nimmt man ja nebenbei auch noch mal mit. Tja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, okay. Wo ist denn unsere Dressierung ab? Nicht so. Hm. Hm. Phantom Lancer. 23 Minuten, neunmal gestorben. Und ohne Slada. Du kannst ein schönes Gegenführer haben, wie du willst. Und tut das alles nichts. Hm. Der Reichweite ändert sich dann aber. Hm. Keiner benutzt das Zepter in irgendeiner Form. Spricht natürlich für sich. Irgendwie. Du musst... Du sollst... Oh nein. Was soll man machen? Das gibt ja die nicht mehr her. Leider. Leider gibt ja die nicht mehr her. So, ab ist viel zu kurz, um ihn wirklich so nutzen zu können. So, auch noch betäubt. Scheiße. Genau. Die sollen dich auch noch mal jagen. Fuck. Mehr Magic Missile Schafen. Oh mein Gott. Das ist noch oben. Wenn ich mich nicht verlieren, meine Top Tower ist, ich würde mich nicht verlieren. Ich würde mich nicht verlieren. Ich würde mich nicht verlieren. Mehr Coins? Hm hm, dann geht's aber. Ah. Your top tower is under attack. I am there. Her gift from the goddess. Let my vengeance sword. Jaa. Ausreichend auch nicht. Nein, 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 kein Swap. Nicht wenn irgendwer in der Nähe sein könnte. Oh, lecker mio. Ah, scheiße. Ich dachte, ich verwirre ihn genug. Was soll das jetzt? Ah, scheiße. Eigentlich ganz gut. Ah, also wir nehmen jetzt einen blöden Splendor. Genau. Na also Das ist eigentlich ein gutes Zeichen Wenn man das als Klingsuhr hat Also hör auf dich zu beschweren Brauche ich noch 1450 War das nicht mal teurer Nur ein Push Nur ein Push Ähm Okay Ja Macht was Ich kann nicht Er ist rosa Ja Ja Ja. Hmm. Ups, das war... Das wollte ich eigentlich nicht mehr planen. Eigentlich hätte ich mich damit schießen müssen. Ja, das ist 1.450. Ah, schade. Könnte ja sein können. Troll? Hä? Hä? Äh, ich könnte... Ich kann nicht das Troll... ...muss ich mich verlassen, okay. Könnte also theoretisch... ...noch wieder reinkommen. Das ist jetzt eine doofen Nummer. Ja. Schön. Und? Was hätte das gebracht, wenn ich da noch reingerannt wäre? Klar, Rüstungsreduzierung, ihr werdet stärker. Naja, gut. Bei denen hätte das schon was gebracht. Ja. 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 Wir machen mal eine Übungsrunde mit den Helden. Am besten natürlich... ...mit einer Gute von Leuten, damit die irgendwie... ...die... ...die... ...die diese Rüte... ...die... Oh, was noch haben wir es nicht, wenn der auf mich warten würde. Wenn der auf mich warten würde. Dann hätte ich eventuell noch einen Schatz, aber... Was war das denn? Oh, du bist doch gut. Ja, das ist natürlich jetzt wieder. Und schon. Was ist das eine noch? Ja, Lancer ist definitiv zu oft gestorben mit elf Mal. Und Trollward ist tatsächlich raus. Mein Gott, das hat echt... Geht. Oh. Oh. Okay. Okay. Hm. So. Hm. Oh, der hat sich range zugelebt. Ist auch so leidig. Oh. Oh. Oh, Lancer ist hierüber. Hm, okay. Wunderbar. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Uff. Ähm. Ja. Ja. ... Ja. Ja. Dein Brotow ist unter attack. Mhm. Oh, hier. Wie kommt der? Was ist denn überhaupt noch? Lila! Die anderen zwei sind ja raus. Was haben wir denn hier? So, Hurricane Peak. Gut, jetzt hätte ich mal Range. So ein bisschen zumindest. Jetzt wird schon mehr gehen, aber... Ich meine, der Damage ist ja nicht so... Warum spricht bei denen gerade keiner mehr? Sind die alle im Channel unterwegs oder was ist los? Lancer spielt nicht mehr. Scheint zumindest so. Scheiße. Tatsächlich Lancer wieder da? Hm. 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 Okay, jetzt ist er natürlich. Hm. Hm. Natürlich ist es wieder doof. Genau, richtig. Erstmal verziehen. Genau das Richtige. Erstmal... ...abdampfen. Dann ist er schon wieder doof. Das ist echt nicht cool. Sehr gut. Tja... Man kann es nur versuchen. Tja, man kann es nur versuchen. Keine Ahnung. Tja... Tja... Äh... We are coin. Pfff... Also das ist schon gerade bisschen... ...nervig. Muss ich echt sagen. Tja... Tja... Vor allem weil die nicht so richtig vorn kommen auch. Das ist fast so als als wollten sie es ziemlich lange raus zu gehen, warum auch immer. Ah, scheiße. Das ist ja gut, das ist ja gut. Das ist ja gut, das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich habe keine Schaffung, aber die hätte ich trotzdem noch bekommen. Ich habe keine Ahnung, was hat jetzt so... Das war nicht schlecht, aber das ist einfach zu problematisch. Theoretisch müssten wir ja jetzt die Mitte durchpushen. Jetzt laufen die Pace. Oh, die Mutter, ja. Das fällt dir aber auch früh ein. Ich hoffe, er hat sich noch etwas Hilfreiches geholt. Und nein, er... Ah. Tja, ne, nicht nix. Dann müssen wir schon andere Geschütze auspacken. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Blink. Ich bin ein. Es ist nicht so, dass ich sie nicht zu tun. Ich bin ein. A dominante performance. Dominating. An acceptor. Du bist doch nicht! Hm. Hm. Oh, woherde ich das in dir? Ah, natürlich. Von seiner heftigen Heilung. Wir müssen in der Mitte durchkommen. So gut du jetzt auch bist, verfarmen. Ähm. Ja, äh. Was ist das denn? Was ist der, der macht der? Mit der Vengeance. Es sind fast alle Gegner wieder am Leben. Und die werden eventuell sogar in unseren Dschungel gehen und hier farmen. Wenn wir Pech haben. Sehr gut. So Lancer. Wollen wir doch mal sehen. Hm. Hm. Das wird jetzt echt nochmal... ...nichter zerreißen. Oh scheiße. Monsters, all of you! Vengeance. Lancer ist noch da. Scheiße. Hm. Ich bin da. Hm. Und sei es wirklich noch? Hans. Was machst du? Hm. Was ist das überhaupt? ... Immer kann ich drachen. Für mich. Wurtau für die Aura. Wurtau für die Aura. Wow. Oh, scheiße. Jetzt sind wir geliefert. Wenn ich nicht wegkomme. Boah. Die lassen mich am Leben. Oder auch nicht. Scheiße, die haben auch noch im Turm. Oh oh. Das ist echt nicht gut. So. Alles klar. Ach, scheiße. Ha, das funktioniert immer noch. Auf sich selbst angewendet, kommt mal voran. Zwei, eins. Wunderbar. Ah. Ah, ha, ha. Scheiße. Ich glaube, dass ich Lebensaufhabe... Oh, hat das Spiel verlassen. Ah. Scheiße. Jetzt ist die Frage... Ich sage dir, dass du da weg bist. Hallo? Hallo? So Okay, jetzt sind wir wieder Leute Schönerweise sehen wir ja jetzt gleich, was das angeht Ein Stück mehr So ein bisschen mehr Wow Wow Hmm Oh ja, das gibt jetzt Geld. Einen Schrein hat er schon. So, sollen die das mal alleine machen? Okay. Sollt ihr den angreifen? Dann kümmere ich mich um den Tower. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich hoffe, das funktioniert. Also. Das. Nächst gut. Machin. Jajajaja. The time has come. You've accidentally destroyed the enemy's Washington Tower. An acceptable amount of murder. That's it. Scheiße. 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 Ich werde nicht wieder fallen. Geht nicht, okay. Sehr gut. Mein Axt ist erst. Mir egal. Hallo. Oho. Was ist das denn bei denen? Können die nicht ordentlich irgendwie mal... Keine Ahnung. Ich stelle sie wieder hier irgendwo ab. Hm. So. Ja. Ich bin einfach so langsam zu Fuß. Von der Geschwindigkeit schlage ich aber auch noch Klings. Ja. 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 Aufgabe erfüllt. Ja. 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 Easy. Kurz vorm Verlieren, du Schwachmat. Und dann sagt er ja, easy, easy. 39 Kills. Wow. Das hat er sich... Klaus. Klaus. Okay. Er hat eine der Varianten gewonnen. Ach. Interessant. Okay. Eine Belohnung ausstehend. Und wir erlösen sie ein. Und wir bekommen einen Watchful Worm. 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 Wie geht ja. Wie geht das mit dem Ausweichen, habe ich immer noch nicht so ganz raus. Naja. Naja. Was hat der da eigentlich? 711 Spiele, 1600 Spiele. Naja. Ich arbeite mich ran. Ich bin bei 405 Spielen. 245. Spiele in Folge gewonnen, also finde ich nicht schlecht. 30 getötete Kuriere, 29 mal First Blood. Die Cheese habe ich beide geklaut. Nee, Moment, das eine Mal hatte ich es, glaube ich, selbst geschafft. Das erste Mal. Da hatte ich das selbst gemacht. So. 7.000 705.000, Entschuldigung, Leute spielen. Gerade mal sehen, ob ich da noch eine Partie finde mit irgendeiner Quest, die ich erfüllen kann. Äh, das stimmt doch gar nicht. Ähm, ja, ausweichen. Echo-Saber 30 mal verlangsamen. Das sind 30 Angriffe mit Echo-Saber auf den Helden. Es funktioniert definitiv, wenn ich den Echo-Saber mir als erstes hole. Dann bin ich bei Minute 10 und wenn das bis 40 geht, werde ich wohl die Angriffe aufeinander kriegen. Ja, auf jeden Fall ein Versuch wert, müsste natürlich dann eben jetzt an Helden in der entsprechenden Sven, würde ich jetzt sagen. Naja, mal gucken. Mal gucken. Also, sehen wir uns dann im nächsten Spiel. Ciao. Wir sehen uns dann. Bye. Wir sehen uns dann. Vielen Dank.